Shalom Aleichem, hier wir sind gekommen zu dem Grab der Bruder von der Lubavitsche Rebbe, Israel Arie Leib. Er ist gestorben in England und der Rebbe hat persönlich sein Grab geschrieben. Hier in Zfat, das ist eine Abteilung, wo wird hier nicht mehr beerdigt, aber diesen Grab und diesen Ort hat der Rebbe selbst gesucht und jedes Jahr, 13 Jahre, kommen viele Chassidim hier zu beten auf diesen Grab.